ja johle was geht mein name ist der wechsel ist hier und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute spielen wir fahren wir wieder unser projekt weiter ja ich hab in der letzten folge habe ich 14 diamonds gewonnen also diese letzte folge das war die folge habt ihr nicht gesehen weil ich habe meinen ganzen pc frisch aufgestellt und ja ich hab viele monz drauf also zwei monz die viele sachen hinzufügen deswegen wir haben auch den links dabei ne den link zockt ninja link zockt ich glaube ich nehme mir so 21 35 auf ja ja wirklich ich mein urs nicht ist nicht so ich hab nämlich in der letzten folge in der nächsten folge in der letzten folge habe ich nämlich sollte eigentlich die zweite folge sein aber das hier ist die zweite folge weil die zweite folge von letztem mal habe ich irgendwie verloren sowas legt man sich auf dem usb stick aber immer oder auf ne cd ich weiß grad nicht auf meinen in dieser folge habe ich viel gemacht und ich habe mir viele sachen gecraftet und ja ja wir werden uns erstmal ein paar diamond däumen und sachen also ich höre nicht sehr schlecht ja so richtig schön abgehackt ja ja also ich höre nicht sehr schlecht wirklich ja so richtig schön abgehackt ja 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 jetzt ohne scheiß es läuft so und geht jetzt wieder so halbwegs oh komm schon ich kann keine kuh mehr holen was denn jetzt los lex illuminati confirmed ne es lex schade kein hau kein hau kein hau diese kuh war einfach nur geschützt kein hau 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 ich bin ich bin da ein bisschen inkompetent wie die mitspieler heute bei bei 2 4 sieben auch nicht wunder wenn ihr das wenn ihr mich da sehen sollte ihr spieler ich bin link z punkt link kein lehrzeichen einmal nur link z punkt ja mein gel kann sie ja verlinkten ja hier ist ein mitschub bei ihm will ich aber bei ihm wird im sauge in den 1 in welchen zeigen was ich für eine mozze aufgewacht habe schlecht wir haben diese bergung und habe ich noch die Skaien Barrios nur mehr aber mehr sehr sehr coole mit diesen Schwerter werden wir noch was machen 9 Tag Damage haben das beste Schwerter ist mit äh 23 Tag Damage ich weiß nicht wie man das craftet das ist wirklich das beste Schwer 23 Tag Damage Skaien Hexe zuerst mal abgestürzt ja 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 und das nicht mit nem Gameplay das ist keins worden ich weiß nicht immer wie man das craftet äh dafür gibt's too many items bitch ja ich weiß aber ich hab dieses Ding ich muss das einfach nachgucken weil ja Bitch ich hab wir haben ja genug die Diamonds verschmeiden wir gab ja ihr gab ja ne und per Hamachi kann sein dass sie auch irgendwann zwischendurch mal in irgendeine Aufnahme die vielleicht nicht nicht mal in vier Milliarden Jahren stattfinden wird also meine Augen sind gerade zwei Meter von meine Augen sind gerade zwei Meter voneinander entfernt und denke sich einfach nur ähm ja nein richtig schön dieses Meme ne ja kennst du das no? Beste ja Beste Beste im Toeface mein Lieblings äh mein Lieblingsmeme was ich versuche selbst sogar selbst versuche nachzumachen ja jetzt ohne Scheiß er kann das schon voll gut leute ich kann das auch voll gut so wie ja ja jetzt schleim warte das zeig ihm ja zeig ihm doch mal äh per äh per das Bild was ich dir gezeigt hab wie wie geil ich das machen kann im GameMode 0 ähm in ne warte im GameMode 0 hehehe sorry true wisst du was wisst du was ich jetzt habe ich vergessen was ich machen wollte ich wollte den Technik Launcher extra öffnen um da äh 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 ähm Minecraft Story Mode Mode Dings ums zu suchen hey warum gibt's denn kein Keep Inventory du musst einfach nur K den Tabulator bis Keep Inventory kommt also warte game rule mine waft ne ge- true true gell nachher true noch geben muss immer nörr hier noch schwein hier werden Alter ich bin sowas oh geil Max es gibt sogar so ein Minecraft Story Mode Mod Pack ja ich weiß ja ich weiß was gibt's cool was gibt's das und das mal per Hamachi äh zusammen zocken ja ok ja ich hab Minecraft Story Mode eingegeben und das Einzige was da kommt ist Minecraft Story Mode Mod Pack Beste ja stimmt Hexet ich glaub du äh Hexet na äh äh dein ja 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 Max 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 stirbt Halt die Schnauze wir sollten noch sterben hä 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 Du wirst jetzt sterben. Wir werden, ähm, du wirst jetzt sterben. Wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Du wirst jetzt sterben. Wir werden alle sterben. Du wirst sterben. Wir werden alle sterben. Und der Waffe runtergenommen. Ausgerutscht und dann die Treppe hochgerollt. Wie im Hintergrund ich gerade gelacht hab. Ist man ja nicht anders gewöhnt von dir? Was? Ist man ja nicht anders gewöhnt von dir? Ach ja, du bist immer so freundlich. Nein. Ja, Obstworte, ich nehme gerade eine Aufgabenartnahme. Ja, warte, warte. Warte, warte, warte. Bist du aufgabe? Ähm, welche Aufgabe? Ich nehme gerade auf. Wie lange nehme ich denn auf? Äh, ich glaube so, wann habe ich gesagt, dass wir, äh, ich sagte 35, dass du schon aufnimmst, ne? Ja, okay, dann nehme ich nicht. Ja, dann mache ich eine kurze Pause an dem Morgen weiter auf. Da sehen wir uns gleich wieder, Leute. Bis morgen! Bis morgen! Jo, Leute, was geht? Da sind wir auch schon wieder. Alter, wir haben die Folge einfach mal über die Nacht gezogen. Das ist ja übelst. Ja, ich hab mir auch diese, diese Dings... Crafting... Weed! Haha! Smoked Weed every day! Da-da-da-day! Ich hab mir diesen Mod nämlich runtergeladen. Guck mal, wie man dieses Schwert craftet, wie was ich doch mal, ähm, gesucht habe. Sword... Ja, dieses. What the fuck? Ma... Wie... oh... Holy shit! Wie zur Hölle macht man dieses Ding? Was? Was? Wie macht man dieses Ding? Lol. Kann man das nicht craften? Elemental Sword Handle. Ja, ich möchte es aber craften jetzt. Das können wir keins von diesen Schwerten craften. LOL. Clear, clear. Sword Handle. Yeah! Hä? Ich hab keinen Plan, wie man das craftet, Leute. Aber na gut, ich hoffe man... Findet die in Dungeons oder so weiter, glaube ich zumindest. Earth... 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 Was? Earth... Earth Sword. Was zur Hölle? Earth Sword... Earth Sword. Ich kann das gar nicht ausreden. Earth... 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 So. Das fängt auch irgendwie an. Weniger zu lenken, das mag ich so übelst. Das liegt ja gar nicht mehr bei mir. Holy shit. Das ist ja unbeschuldig. Oh, ich hab gerade bemerkt, dass wir ein Dings brauchen. Dings... Ne, Dings. Gewiss, was ich meine. Weg. Weg, 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 weg. Ach, weißt du was? Chris... Was... Bitch... Tod. Oh... Ich bin doch nicht weg. Scheiße. Oh... Das fangen hier aber auf die Rücken an. Aber noch gut. Ach, blöde. Weg, weg. Weg. Was? Zur Hölle. Hex. Ich weiß... Ich weiß... Ah... Wisst ihr was? Wir machen uns einfach eine Berghütte. Irgendwo... Ach, wie bin ich? Da war noch ein World... War noch ein... War noch ein... War noch ein... War noch ein... Schau. Ich habe mir Sticks. Dann mache ich mir einen Damenswort. Da kommt uns denn hier schon zum Besuch. Ich muss noch schon... Wie... Wie kriegt man so eine World Essence? Sie seht ich gar nicht wissen, weil... War noch ein World Essence. Oh, ist cool. Oh, da kommt man jetzt zum Besuch. ich gehe erst mal pennen mit dem Rucksack aus Plattner bringen dann gehe ich ein bisschen schlafen so, das ist praktisch, ne, dieser Mod ich finde die nicht so toll dass sich die gar nicht mehr loswerden will so, da ist der Backpack rechts glück und ganz hoch da ist der Piss dich der Piss dich wenn irgendwer weiß, wie man diese Essenz bekommt, Leute dann schreibt es mir bitte in die Kommentare weil ich brauche die Essenz ich will die haben um so ein geiles Schwert zu machen die Schwert sind übelst cool ich glaube ich werde mir eine andere Schwertermod installieren ich bin so dumm ich habe mich mal wieder meine Dings vergessen alles mitzunehmen boah, wir gehen erst mal auf die Lava-Suche oh, Alter, ich bin so'n kleiner Dulli guck dich das an wir haben einen Crafting-Gefeld ja, ich habe mir den Backpack geklappt, habe ich ja schon gesagt ich weiß nicht mehr, wenn das mache ich guck noch wieder schnell nach, wie ich den macht habe Back also chest chest backpack was so back pack chest 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 ich weiß nicht, Leute Adventure backpack hä lol das ist ja mal komisch das ist ja das ist ja das ist ja ... ... ... ... der Schirmokum aber schluss ich bin ja so gedacht so geht es Ihnen das Kunde die Bütter sind mein Backpack wirklich ganz simpel Gold habe ich nur nicht mehr weil ich hab nur ausbrechen Gold bekommen dass ich ein Backpack machen kann leider auch scheiß ist überall Eisen aber ich krieg es nicht weil die ganzen rotzmonster hier sind ich glaube ich hab die die monstertruppen des Henses oh gott das pisst gerade so an dieses Skelett yes das ist ich muss einnehmen ich nehme das Essen dann den hier platt machen sehr gut gott nein Nein. So gut. Jetzt... Oh, ich höre Lava. Oh! Oh! Gott, war das knapp. Obsidian! Yes! Geil! Das ist ja mal geil. Geil! Nein, ich mache mir einen Scherz, gell? 3, dann mache ich das. 3! Nein. Nein. Äh, ich mache nur einen Scherz. Ich brauche nur genau... 4... Ne, warte. Wir formen trotzdem ein bisschen mehr, weil wir wollen ja ins Nether gehen. Ah, was würde ich jetzt sterben, Mann! Ficker! Wir haben nicht mal eine Rüstung an. Schämen! Schämen muss ich mich. Boah! Das pisst an, Leute. Das pisst an! Das pisst an! Das kackt so richtig an. Das macht übel Spaß, um den Text zu spielen. Schon auch für euch, äh, macht das Spaß, äh, 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 nachzugucken, ne? Komm schon! Warum habe ich mit so Heule einen Bucket gemacht? Oh, gut. Nur Scheißdruck. Ich kann noch uns das nur rüsteln. So. Ah, gut. Hier ist noch ein bisschen gewesen. Das ist toll. Dool! 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 So! So! So... Jetzt wieder nach oben. Ah, hier ist die Lava! Gut! Gut! Gut, 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 gut! Ich mich nach oben bauen, aber es geht ja leider nicht. ich bin hochschocken ja mann wir haben noch keine Boots 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 wir machen uns erst mal allerdings das ist das wichtigste also ist es wir nehmen diese kann jetzt mit und benutzen sie so komm schon ach was können wir wegwerfen doch die lachen was mache ich denn hier ich wollte das was er mit mir oh Gott komm doch hoch so gut geht doch das ist cool echt cool das pisste ja das pisste an man wurde nur kurz leicht angepuppt und dann stirbt man nicht das pisste an das pisste an Jetzt kommt hier die ganze Walking Dead Apocalypse! Man! Holy shit was ist los mit mir? Boah wir brauchen... Wie behindert es das denn bitte? Yes! Müssen wir jetzt... Müssen wir jetzt im Ernst! Diese Scheiße jetzt! Einen einzigen Block! Leck mich am Arsch! Ich bin noch mehr als ein Block! Fick dich! Fick dich! Wie sind sie so viele Zombies? Wie sind sie so viele Zombies? Was ist das denn da? Ist das denn Walking Dead oder was? Nein! Nein! Na gut! Wenn ihr euch das so vorstellt, dann... Können sie spicken! Nein! 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 Ich muss eigentlich so ein Scherenskrieri... Ich muss eigentlich so ein Sens-Kommunistie... verdreifeln! Ich bin nicht so ein Scherenskrieri... Nein! Ich bin nicht so ein Scherenskrieri... Ich bin nicht so ein Scherenskrieri... ein perfekter Mensch auf dem Weg die in diesem Land der Stimme erst bei uns die Lagen hier genau, genau hier auch wenn das, wenn man das auch nicht geil, oder? geil, oder? und das ist hier noch dran äh, ausgebewertet äh, ausgebewertet äh, ausgebewertet so 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 gut jetzt hab ich mir eine Spitzel aufgehoben nein nee, oder? nee, 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 nee wo ist unsere Spitzel? das kann nicht sein wir haben doch gerade hier alles abgebaut nein nein was zur Hölle? auch wüsste was Leute, mir reicht's mir reicht's so geht das nicht mir hat's einfach gereicht gereicht hat's mir aber gereicht hat's mir gereicht hat's mir gereicht hat's mir nein nein ah scheiße hm hm wir wollen uns einfach nach einer Bärkette ja 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 Leute, ich glaub es ist schon äh über der Zeit schon äh glaub ich zumindest so das ist ja das ist ja Bis zum nächsten Mal.